Der Unterschied zwischen dir und dem Internet. Das Internet vergisst nie, auch nicht die Weihnachtsfeier gestern. Du hast allen von deiner Reise nach Bali erzählt, als du tauchen gegangen bist. Und dort unten in der Dunkelheit die Gesänge der Wale gelernt hast. Es war atemberaubend. Du warst atemberaubend, als du auf der Party die uralte Hymne der Wale gesungen hast. Immer und immer wieder. Falls du es nochmal sehen willst, das Video davon hat schon sehr viele Klicks. Bis zum nächsten Mal.